Okay, ich werde es diesmal schaffen. Ich schau nur hinter mich. Hm, ich habe es geschafft. Ich habe es endlich geschafft. Ah, ich dachte jetzt wirklich, er taucht jetzt auf. Bist du okay, Rob? Du siehst nervös aus. Hm, mir geht es gut. Es ist nur so, ich habe es noch nie geschafft und deswegen... Ah! Mann, warst du an meinem Zeug, Alter? Äh, also Leute, was machen wir? Wir killen nur am Lagerfeuer. Wir stehen hier perfekt still. Äh, oh, ich habe die Kondome mitgebracht. Ja, danke, 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 danke. Für was? Ähm, ich dachte wir alle werden... Ähm, äh, egal. Nein, nein, tue ich nicht. Der Witz wird alt und langweilig. Macht einfach weiter mit dem Titel. Äh, okay. Ah, ich habe es gemacht. Happy? Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür zu. Du, ich habe ein Taschenmesser gekauft. Ich habe ein Taschenmesser gekauft. Ich habe zwei Taschenmesser gekauft. Ihr seid Anfänger. Ich habe eine Schubkarre mit Taschenmesser. Oh nein, nicht du. Tür auf, Tür zu. Mann, du wirst mich nie fangen. Autsch, Mann. Glas tut weh. Hey, ich gehe besser raus. Ah. Huh. Ich meinte, woanders raus springen, Mann. Ah. Warte, was mache ich da? Ah. Oh. Oh. Ich sterbe nicht. Leben, Mann. Begift durchs Fenster gesprungen. Ah. Ich werde dich retten. Erfolgreich gerettet. Unglaublich, der Motor ist an. Es ist ein Auto, es macht, was es soll. Mal schauen, ob was Gutes im Radio läuft. Was machst du da? Fahr los. Los geht's. Wenigstens sind wir sicher. Und jetzt können wir Radio hören. Das ist mein Jam. Schaut her, da ist Jasons Hütte. Oh mein Gott. Ist das der Kopf deiner Mutter? Oh nein, warte. Ist so ne Kokosauce. Los, öffnen wir sie und essen ihr Gehirn. Ey Leute, Jasons kommt. Schnell, alle tanzen. Warte, ich hab eine Idee. Jasons, ich bin deine Mutter. Hast du sein Zimmerzauber gemacht? Na dann wird es Zeit für's Läger. Es war Old Man Roy Bonds. Nein, das ist, das ist bislis Ikone Donald Trump. Und vergesst nicht, es sind die 80er. Fels, haben sie sowas zu sagen. Das stimmt. Ich hab versucht, euch Kids wegzuscheuchen, damit ich dieses Camp zerstören kann. Um Wohnhäuser zu bauen. Um die auch zu zerstören. Mit den Menschen da drinnen. Um es dann zu einer Universität zu machen. Um es dann wieder zu zerstören. Und ein World Club zu bauen. Wer immer du auch bist. Das ist die letzte Parodie. Ich denke nicht, ihr Nerds. Warte, was ist passiert? Er hat verlassen. Was machen wir jetzt? Kommen wir zu den Credits, die eh keiner mehr schaut. Ich mach keinen Unterschied. 80% haben schon abgeschaltet. Warum reden wir während den Credits? Ja, Mann. Wo bin ich hier? Äh, was, was mach ich hier? Ja, Leute. Oh, zum Glück ist das der letzte Teil. Hey, Alter. Was ist hier los? Äh, Leute? Will denn niemand wissen, wer hinter den Cartoon und den Stimmen steckt? Schaut doch die anderen Teile noch an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Oder das Original Englische von Sammy Nation. Links dazu und aller deutschen Sprecher und Sprecherinnen in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.